Das sind Cornelius und Lucio von La Siesta. Die beiden zeigen euch, wie ihr das patentierte Aufhängeset Tree Rope von La Siesta verwendet. Mit einem ganz besonderen Haken, dem verstellbaren Smart Hook. Das Set besteht aus zwei Haken und zwei Polyesterseilen mit je drei Metern Länge. Zum Befestigen brauchst du nur deine Hängematte und zwei Bäume, die stark genug sind, um dein Körpergewicht zu halten. Du knotest die Seile um die Bäume und dann hängst du einfach die Hängematte in die Haken ein. Fertig. Fürs Aufhängen von Hängematten gibt es eine praktische Faustregel, die besagt, dass die Aufhängehöhe der beiden Hängemattenenden in etwa der Hälfte des Aufhängeabstandes entsprechen sollte. Du liegst am bequemsten in deiner Hängematte, wenn sie in einem Bogen durchhängt. Das kannst du prima mit den Smart Hooks justieren. Am besten ist die Form einer Banane. Und bei schlechtem Wetter hast du deine Hängematte blitzschnell wieder abgebaut. Der Haftaisch. Der Haftaisch. Der Haftaisch. Der Haftaisch. Untertitelung des ZDF, 2020